Ganz tragisch! Und Skröp! So, Seganin. Mit dem Sonnenuntergang in der Fresse. Suche nach dem Haus. Teil 126. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem niedrigen Preis. Ja! Schön für dich. Wieso wurde meine Mama nicht ganz geheilt? Können sie mir das verraten? Ich glaube, das kann mir keiner verraten. Holtchik möchte ich es doch so gerne wissen. Ja, Eis. Höllenhund, friss die Kälte meines Herzens. Wie der da runterspringt. Das leuchtet so schön im Dunkeln. Das könnte man eigentlich als Kerzen benutzen. Skröp, ist dir klar, dass ich dich fast boom, boom gemacht hätte? Egal. Bitte. Bitte. Ach ey. Wer wird jetzt Boom-Boom gemacht? Ratze! Briss Boom-Boom! Erhelle meine Welt! So, im Grunde bin ich jetzt im Süden Pelagiaz. Wir sollen hier ein Hof gewesen sein. Oh, du bist schon tot, ne? Waren die vielleicht das Häuschen? Wenn ja, hast du das Spiel wie die Pest. A Dungeous? Kann das sein? Ne. So. Balua Sal. Puh. Balua Sal. Balua Sal. Lokale Karte. Sicher, dass das nicht hier einer von denen ist? Nein. Hätte ich gesagt, habe ich das überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung. Oh, diese Shade zu sein. Toll. Wer ist hier drin? Mann, na muh. Ne. Äh, was zur Hölle? Ich hasse dich. Mucera. Ich hasse dich. Ähm. Hahahaha. Ähm. Nun gut. Ihr brachtet mir ein kleines Geschenk von Serra Zino. Ulian. Hm? Das ist gut. Ist ein guter alter Gefährte, obwohl er ein Fremdländer ist. Verdammte Xenophobie. Und was kann ich für euch tun, wo ich Sumpfblumen pflücken kann? Serra Zino Lian braucht eine Sumpfblume. Kein Problem. Ein kleines Feld von Sumpfblumen wächst hier direkt bei meinem Haus. Greift zu und grüßt mir Serra Zino Lian. Und das ist alles, was ihr braucht. Könnt ihr mir etwas beibringen? Nun ja, mit diesem Stärketrank, den ihr gebracht habt, werde ich die Wurzeln für das neue Sumpfblumenbeet in Windeseile ausgegraben haben. Habt vielen Dank. Nehmt dieses Buch. Ich kenne es schon auswendig. Zwar sind Erfahrungen und Übungen am wichtigsten, aber ein wenig Bücherweisheit hat auch noch niemanden geschadet. Nun dann werde ich mich mal wieder an die Arbeit machen. Lebwoll und grüßt mir Serra Zino Lian. Ich hoffe, ich will es noch sagen. Der Kuchen und der Diamant. Was hat ein Kuchen mit einem Diamant zu tun? Alchemie 51. Wie nett. Wie komme ich jetzt am besten zurück? Nach E-März? Das berührt mich eigentlich. Ein Sivi und dann göttlicher Eingriff. Ein Sivi! Ich bring mich weg. Ich will die Fratze dieses Menschen nicht mehr sehen. Ich hasse ihn ab sofort. Ich habe zwei Folgen verschwendet, sein Haus zu suchen. Göttlicher Eingriff. Fünftblume habe ich ja schon im Gepäck. Nun, was führt euch hierher? Ich will zu Serra. Nicht zu dir. Gehst du aus dem Weg? Ich werde euch nicht schlagen. Oh, wie nett, dass du mich nicht schlagen willst. Aber ich werde dich beißen. Nachdem ich dich geschlagen habe. Und selbstverständlich werde ich dir auch Tiernamen geben. Einfach nur, weil ich es kann. Juhu. So, ich habe deine verkackten Sohnflüge. Bitte sprecht. Ich höre ja zu. Ich sehe, ihr habt mir fünf Sohnflüge gebracht. Hier ist ein Heilungstrang für euch. So wie Mörse, Stöße und Mörse, damit ihr üben könnt, einige Heilungstränke herzustellen. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid, eine weitere Mission als Laienheiler zu übernehmen. Oh nein. Ich war so beschäftigt, dass ich es beinahe vergessen hätte. Habt ihr eure Förderung im Kasachikol überprüft? Da ihr Mara und den Neuen dient, solltet ihr im Rang aufsteigen. Dann gebt mir eine Beförderung. Adept. Wir brauchen fünf Einheiten Schlamm für Tränke, für gewöhnliche Krankheiten. Bauer Abispulu Schand in Gnosis hat nahe seiner Hütte ein Schlammschwamm fällt. Und Meister Ogrul in der Darius-Festung hat mit ihm abgemacht, dort kostenlos Schlamm sammeln zu dürfen. Ich zeige euch Gnosis auf eurer Karte. Besucht Meister Ogrul, wenn ihr in Gnosis seid. Und gebt ihm diese vier Heilungstränke. Fragt ihn, ob er euch Tricks lehrt. Bringt mir dann den Schlamm. Hier 80 Drachen für den Schläggschreiter. Der Weg ist lang. So lange man aufwendet. Ich war schon ein paar Male in Gnosis. Gnosis. Ne? Ah! Diese scheiß Bänke! Ich hasse Bänke! Leavitation! Chicken will hoch hinaus. Hallo Kinder Maxi-King! Wie geht es dir? Sprachlos! Dass er eine fliegende Chicken sieht, macht ihn einfach nur sprachlos. Ich meine, halt nicht jeden Tag so ein fliegendes Huhn. Hühner sind halt unständige Wesen. Bring mich nach! Wie weit geht es vom B-Weg bis zu mit Schreiter nach Gnosis? Geht der Schläggschreiter in B-Weg überhaupt nach Gnosis? Oh, muss ich jetzt zu extra bei Boah! Oder Altruh! Kurze Reise! Für euch ist es zu wählen! Wie wäre es mit mittlerer Reise? Aber wie wäre es, wenn ich den Schläggschreiter steuer? Oh Gott! Chicken! Nein, lass es! Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Halt! Okay! Bei Mora Altruh! Und dann Gnosis! Hätte ich ja Rückkehr machen können! Oh Mann! Wo wollt ihr hin? Na Gnosis! Oh, du willst mich ja nicht da hinbringen! Oh, jetzt stehe ich schon wieder in diesem Typen drin! Wetten! Ich wette sowas von! Mann! Ich glaube, ihr euch wetten! Wie gemein! Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? So! Darius Festum! Oh, cool! Nett, dass du mir Licht machst! Nett, dass du mich erleuchten willst! Ich frage, was für ein Rustertyp! Weniger rauchen! Sprecht schnell! Nein! Gehst du aus dem Weg? Ja, wegen dir geh ich schon Wände hoch! Mann! Der Kerl verarscht mich! Sprecht schnell! Ist das überhaupt ein Ork? Ja! Willkommen, Adept Jickel! Willkommen im Schrein der Darius Festung! Und vielen Dank an euch und Synolian für die Heiltränke! Unser Vorrat war fast aufgebraucht! Nun, bevor ihr geht, kann ich mich vielleicht für einen Gefallen revanchieren? Klar! Wiederherstellen-Zauber? Synolian hat also vorgeschlagen, dass ich euch einen kleinen Zauber beibringen soll! Hm, das könnte ich vielleicht sogar tun! Ich lasse euch sogar die Wahl! Was würdet ihr lieber lernen? Ein Zauber zur Wiederherstellung von Stärke? Willenskraft? Schnelligkeit? Schnelligkeit? Oder Glück? Hm. Ich würde mal sagen, Schnelligkeit! Weil wenn wir mal wieder mit irgendwelchen Krankheiten infiziert werden, die meine Schnelligkeit senken, dann kann ich sie wieder herstellen! damit Klippenläufer mich nicht einholen, überholen und ich werde einfach noch schneller sein! Wie ihr wünscht! Meister Ghoul lehrt euch seine Version des Zaubers zur Wiederherstellung von Schnelligkeit! Da! Ich hoffe, ihr werdet es nützlich finden, wenn ihr mich entschuldigen wollt! Ich muss mich wieder meinen Aufgaben widmen! Lebwohl und meine Hochachtung an Synolian! So, und wie heißt der Typing im Schlaf? Ja! Abish Pulo! Abish Pulo! Endlich etwas Interessantes! ich bin interessant! Tribunal schreiben, wieso steht das hier? hier? Wieso steht das da? Ja! Ja!